So, hallo und herzlich willkommen zum Gameplay zu Warzone. Warzone ist ein ebenfalls ein kostenloser Shooter, so wie Loadout. Nein, das haben wir auch schon gezeigt und ganz viele andere Spiele, Xenotic haben wir auch schon gehabt. Da reiht sich das ein, am ehesten noch mit Xenotic vergleichbar, aber am allermeisten natürlich mit dem geistigen Vorgänger, nämlich Quake und Unreal Tournament. Das basiert nämlich auf einer weiterentwickelten Quake 2 Engine und ist auch so ein Arena-Shooter wie Quake und der ist ziemlich flott. Ja, da geht es ziemlich zur Sache. Da muss man sich sehr einarbeiten in das Movement von diesem Shooter, denn wenn man einfach nur läuft mit WASD, das ist dann halt nicht so gut. Wir werden gleich sehen, was das bedeutet. Ich habe versucht, mir ein bisschen das anzueignen mit dem Movement, aber das hat nicht so ganz geklappt. Deswegen gibt es hier auch den Game-Mode Race tatsächlich. Also hier ist Movement wirklich sehr entscheidend. Wir gucken jetzt mal. Bomb, Mid-Air. Team Deathmatch. FFA-Free-Man. Okay, da ist alles nichts drin. Instagip kennen wir ja aus verschiedenen Shootern. Das ist einfach mit einem Schuss tot. Äh. Kann man da noch irgendwas... Hier ist die Konsole, die brauche ich nicht. Regular, kann ich da irgendwie einfach... Ne, 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 ne. Halt, Sprauser. Okay, ich muss gucken, wo sind Leute. Da ist ja überall nichts los. Was ist denn da los? Bomb. CA, was ist CA? Weiß ich gar nicht mehr. Das ist echt nicht so viel. Ah, wo Leute drauf sind. Spielt das keiner, oder was? Ähm. Das Ding ist, das Warp, so gibt es schon Ewigkeiten. Nur es war bisher immer nur in einer Alpha- und Beta-Version. Und jetzt ist da auch die Vollversion rausgekommen. Mittlerweile in Version 1.02. Also auch schon gepatcht. Aber irgendwie spielen es die Leute nicht mehr. Was ist da los? Und wählen wir einfach mal... Ach, ne, das ist ein Passwort. Ach, Leute. Ja, dann mache ich erstmal ein lokales Spiel auf. Ein Free-for-All. Easy. Und dann nehmen wir mal irgendeine schöne Map. Irgendwas, was ich vielleicht kenne. Get up, stand up. Uiuiui. Reflected. Simplified. Liebest Underground. Das hört sich cool an. Äh, sieben Bots, acht Player, zehn Minuten. Machen wir mal ein Punktlimit am besten. Machen wir mal 25. Ist viel. Ich starte das jetzt einfach mal. Okay. Warso. Ist jetzt auch in einem Comic-Look. Kann man so sagen. So, ich join da mal. Und, äh, mit der Aufnahme natürlich FPS-Problems. Mal wieder. Ich verstehe gar nicht, was dann los zu zeigen. Und, äh, man muss hier ziemlich durch sich durchmoven. Das ist nämlich echt, äh, die Kunst. Eiei, eiei, eiei. Ein bisschen Swarm-Up zum Glück noch. Oh, mit der Framerate. Also man braucht auch sehr viele Frames in diesem Spiel. Um da was zu reißen. Muss ich denn hin? Da geht's durch, ne? Auch mal ab. Hab versucht, das Move mit mir so ein bisschen anzueignen. Aber das ist echt gar nicht so einfach, wie es aussieht. So, da muss man sich echt sauer konzentrieren. Also das ist echt nichts. Nichts für zwischendurch. Das muss man sich wirklich an trainieren, dieses Spiel. Und, äh, die sind jetzt auf einfachen Schwatz. Da fühle ich mich gut. Double-Frag. Eieiei. Eie, jetzt bin ich hinlagefallen. Ich meine, hier irgendwie... Wow, wo komme ich denn jetzt raus? Oh, mit den Wall-Jumps. Verdammt, ich krieg den Kling. Rocket-Jumps gibt es ja natürlich auch noch hier. Ist da wirklich... Weil ich mag sowas. Das ist etwas, was von trainieren kann. Da kommt es halt wirklich auf den Skill des Spielers an. Und zwar mal volle Kanne. Oh, Mann. Ich meine jetzt. Was? Was ist das nicht? Scheiße. Ähm. Gucken wir mal im vorbei. Fliegen die Leute abmoksen. So muss das nicht laufen. Hier ist sie, okay. Aber es läuft auch sau langsam mit Aufnahme. Das ist doch... Scheiße, ey. Ich bin wahrscheinlich vorne. Ich heiß noch... Ich heiß Player. Oh. Ah. Shit. Yes. Nein. So. Ja, jetzt haben wir sie ihn geklickt. Da geht es nicht durch. Ich bin deutlich vorne. Ich habe es ja bald. Schau mal. Mit Bots geht es ja noch. Vor allem auf einfach. Mist. Ich habe es ja noch mal auf den Internet-Server geht, aber es ist halt echt anstrengend. Okay. Gegen einfache Bots habe ich in sehr großem Vorsprung gewonnen. Gucken wir mal, wie das dann ist, wenn wir jetzt mal nochmal auf den Internet-Server gehen. Wenn wir einen Schein finden. So, Disconnect. Das ist alles passwortgeschützte mit Ehr. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Was? Ca. 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 Was war denn das? Ca. Ca. Clan-Arena wahrscheinlich. Was heiße ich denn Player? So geht es ja. Moment, 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 Moment. Okay. Okay. Äh. Profile. Oh. Ah. Kann ich? Ich habe doch einen Namen. Hier. Oh. 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 Das ist doch so. Ich habe doch mal was. So, jetzt gehe ich aber hier nochmal rein. Kurz. So. Yes. Ups. Join irgendjemanden. Ah. Ich darf jetzt erstmal zugucken. Oh. Dritt hier. Oh Gott. Ich habe mich auch noch verschrieben. Egal. Mal gucken, wie die so sind. Oh Gott. The enemy has taken the lead. Ready. Three. Two. One. Fight. Okay. Jetzt bin ich hier mit dabei. Im Team. Wir müssen die Bähchen. Wir machen mal. Hier on your own. Fuck. Jetzt ist ein Ander und schon gestorben. Das ist natürlich heftig. Three. Two. One. Fight. Oh. Toys. Two. Duck. Okay. Der ist erledigt. Boah, Alter. Da fliegt man einfach durch die Map. Das ist scheiße krass. Wie schnell das ist. Wie schnell das ist. wenn man es kann. hm ich sehe keinen. Da drüben. Yay! So muss das laufen. Scheiße. Nein! Los geht's. Geht's. Your team scored. Okay, so ganz blamier ich mich ja gar nicht, das finde ich so übel. Dein Team hat gewonnen. Die Teams sind Zeit. 3, 2, 1 Das müssen wir noch hinkriegen. 3, 2, 1 Naiv! Scheiße! Er lebt noch. Interessant. 3, 2, 1 Los! Mach ihn platt. Er ist schon auch drauf hier. Nein! Der Krieg hat den... Bereit! 3, 2, 1 Krieg! Mit 30 Frames ist dieses Spiel eigentlich auch nicht spielbar. Das ist eine Sünde, was ich hier mache. 1 3, 2, 1 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 2, 1 3, 2, 1 1 3, 2, 1 Sehr gut. So, zu schnell, zu schnell, ist zu schnell, ich komme hinterher. So. Nein, fuck. Die sind schon ein bisschen länger dabei hier. Wann ist denn hier eigentlich gewonnen? Bei 10 wahrscheinlich. Der macht hier noch die Jumps. Oh, der kann das. Der kann das. Scheiße. Sie haben gewonnen. Der Gegner hat den Weg genommen. Bereit? 3, 2, 1. Der fetzige Musik, ey. Techno im Hintergrund. Das sind... Alter, das sieht gut. Huch. Keiner hier, der mit mir spielen will. Kommt doch nach vorne mal jemand. Da muss ich jetzt hin. Bin zu langsam. Das machen wir. Hier. Hallo? Ah, bremst mich nicht aus. Okay. Dein Team gewonnen. Dein Team gewonnen. Team gewonnen. Bereit? 3, 2, 1. Krieg! Aber es bleibt immer entspannt. Und immer schön abwechselnd. Die sind schon ganz anders. Die sind schon ganz anders. Nein! Nein! Okay. Ähm. Bin eh draußen. Dann war's das erst mal. Das Spiel ist wirklich... also... Nicht auf Drogen spielen, bitte. Sollte man keine Schlaftablette sein, denn das ist wirklich, da muss man hochkonzentriert sein mit diesem Movement und dann noch zielen und überall rumspringen und treffen am besten auch noch. Macht mir sehr viel Spaß, ich mag solche Spiele, solche Arena-Shooter, wie man sie ja nennt. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr euch das Spiel ja mal runterladen. warsaw.net ist die Internetseite, glaube ich, und da könnt ihr euch das dann runterladen. Gibt es auch für Linux, glaube ich, für Linux-Gamer, das ist natürlich auch eine nette Sache. Ja, dann sehen wir uns in irgendeinem nächsten Gameplay mal wieder und bis dahin sage ich einfach mal auf wieder, tschüss.